Liebst du Tiere mehr als Menschen, dann bist du genau richtig. Ich bin Cedric und bin hier im ersten Lehrjahr als Tierpfleger EFZ. In diesem Job verbringst du viel Zeit mit den verschiedensten Tieren. Du bereitest Futter dazu und schaust dabei auf eine vollwertige Ernährung. Du reinigst die Hege und schaust dabei auf die Hygiene. Und natürlich viel, viel mehr. Die verkürzte Lehre als Tierpfleger dauert zwei Jahre. Die praktischen Teile verbringt man hier im Zoo. Und die Theorie macht man solt in Berufsschule. Was du in deinen Job sicher nicht bringen musst, ist der Umgang mit Tieren, gute Gesundheit, wetterfest sein, Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusst sein. Hast du Lust auf eine coole Ausbildung? Dann bewirb jetzt oder entdeck 22 weitere spannende Brüfe auf unserer Webseite. für einen neuen Job der Bradykampis, haben wir noch kein Spiel. Wir sehen uns unter dem Video. Es gibt ja auch keine andere Beispiele im Zoo. Beide uns sehr gut ein bisschen. Hier sind die Brüfe, die Brüfe, die Brüfe,